Oh, nö! Das ist ja voll viel! Mama, nö! Das mach ich nicht! Das ist doch auch gar nicht alles meins! No, das mach ich nicht! Nee, das mach ich nicht! Okay, ich machs! Äh, hier, so! Wow! Aua! Frühstück! Setz dich, mein Liebling! Frühstück! Setz dich, mein Liebling! Das ist Müsli! Damit du groß und stark wirst! Hä? Was ist das denn? Mein Ei! Hallo! Drei winzige, kreischende Kerle! Die saßen aus... ..ja wie Zwerge! Wooow! Hol! Hab, 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 hab. Hab, 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 hab. Mann! Bissi, 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 bissi! Uuuuaah, uah, uah! Hm? Was macht ihr denn da? Macht nichts mehr, denn da. Packen! Müsli, einer der kackte Leinsamen und ein anderer der kackte Kürbiskernen. Und ein letzter der kackte eine riesengroße, dunkelbraune Haselnuss.